hallo hier ist user paul mit dem linktipp die art of command line auf github findet man nicht nur den quellcode zahlreicher software projekte sondern auch die eine oder andere interessante infosammlung oder auch nützliche tutorials zur zweiten kategorie gehört die aktuell in kurzer zeit knapp 12 tausendfach gesternte und zigfach gefolgte anleitung die art of command line das man sich als linux user auf jeden fall einmal anschauen sollte das tutorial beschreibt ohne viele worte den umgang mit der von linux-distribution genutzten bash shell gibt tipps zu diversen kommandos liefert hinweise für das erledigen alltäglicher aufgaben und zeigt praktische beispiele für zahlreiche szenarien außerdem werden eine reihe von kommando zahlen tools angesprochen die immer wieder nützlich sind den link dazu findet ihr unter dem video in der video beschreibung das war user paul vom screencast schau und viel glück